Äh, wo bin ich denn jetzt? Naaah! Wollte ich hier hin? Nee. Oh Mann. War nicht die beste Idee von mir. Er kommt natürlich hier rein. Geh doch einfach weg. Ich will nicht aufstehen. Eine neue Batterie wäre. Dann ist es hilfreich. Dämliche Scheibe. Sie gar nichts. So, jetzt steht er wieder dort. Das muss ich doch hin. Ich glaube, ich muss dorthin. Geh mal in die andere Richtung. Oh Mann. Zum Glück hat er keine Nachsicht. Nachsicht hat er auch nicht. Oh nee. Oh nee. Kommst du jetzt hier rein? Ich bin gar nicht da. Ach, die Tür ist kaputt. Schau mal hier drauf. Zack. Und verstecken. Finden Sie draußen Vater Martin? Ja, draußen wäre natürlich schon schön, ne? Oh. Wehe, du findest mich jetzt. Dann bin ich hier richtig böse. Ich bin hier. Wow. Ach, verdammt. Autsch. Lass das. Oh nee. Oh nee. Das geht sich nicht aus. Ach, das geht sich aus. Ha, du Arsch. Und jetzt tschüss. Oh. Ich sehe nichts. Ist er immer noch hinter mir her? Das gibt es doch gar nicht. Wow. Oh Gott. Ach, der hat gerade noch einen Anfall. Lecker. So, haben wir irgendwas Nützliches vielleicht. Da haben wir Batterien wären ganz. Nett. Nee. Gar nichts. Schrank zu verstecken? Nee. Kann ich hier raus? Oh Mann. Kommt man. Ah, Exit. Ach nee. Ich fahre wieder hier hoch. Komm. Ach, dann hängt der Typ eigentlich noch da drin. Sieht man hier nicht. So, hier haben wir. Endlich den Ausgang. Ich gucke hier trotzdem vorher mal noch. Weil wir stecken ja ganz gern hier mal so. in solchen Momenten was. Nehme ich an. Also würde ich zumindest als Entwickler machen. Oder Designer. Ich sehe, ganz fies. Sachen vor allem. Zum Beispiel das hier. Genau das hier. Da. Nee. Falsch. Hier. Und dann in die Freiheit. Suchen Sie Vater Martin. Sie hat auch keine zwei Meter weit hier. Gott. Hallo? Martin? Kein Martin. Aber hier ist eine Tür. Jetzt bin ich wieder drin. Toll. Hier irgendwie. Gibt es ja auch Batterien. Ja, die gehen wir langsam eh aus. Also diese Batterien hier, die. What? Nee, du. Äh. Neue Batterien einlegen. War das wieder dieser Geist? Ah, der hat mir bis jetzt noch nichts getan. Und wollte mir auch nichts tun. Oh. Hey, Alter. Äh. Hier geht's hoch. How alive are you? Na ja, es geht. Oh. Ja, hm. Hier ist eine Notiz. Oder ein Dokument. Dann kann ich hier nicht weiter, dann mal hier quer durchs Feld. Hier ist noch eine Tür. Die ist verschlossen. Gott. Was? Schlüssel. Schon wieder. Mann. Ich meine hier vor wie ein Panview Drive. Äh. Und einfach mal an den Wänden entlang. Oh. Liegen aber auch viele Typen rum, ne? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Verdammt. So, da war ja nichts. Dann gehen wir mal hier. An der Wand entlang. Und ich verbau natürlich schon jetzt eine komplette Batterie. Einfach indem ich an der Wand entlang. Ach, das gibt's doch nicht hier. Muss ich in die Mitte? Welcher war ich schon mal? Da geht's nicht weiter. Dann bin ich hier an der Wand entlang. Und jetzt schau ich einfach mal ganz krass in die Mitte rein. Alter. What? Muss ich dem nach? Also er greift mich ja zumindest nicht an. Er ist irgendwo hier in die Richtung. Logen. Ey, ist es aber immer noch zu? Na, da muss ich ihn jetzt hin. Ich dachte schon, da hinten wäre wieder was gewesen. What? Wer? Wo? Komm, ich geh jetzt einfach da... Ach, kann ich ja nicht. Da brauche ich wieder den Schlüssel. Ah. Können wir jetzt so viele Batterien verschwenden hier. Aber hier irgendwo... Ah, hier ist die Tür. Ja, das ist jetzt echt ungünstig hier. Ich hab keine Ahnung... Wo ich hinmüßt. Hier draußen ist ein Geist. Oder so was in der Richtung. Hallo? Hier ist offen, aber hier war ich schon drin. Kann natürlich auch sein, dass hier darin der Schlüssel ist. Und ich hab ihn einfach nicht gesehen. Ja, ich dachte schon, das wäre jetzt ein Schlüssel hier. Ha, ha, ha. Ja. Well, fuck you. Dann können wir jetzt die Tür hier endlich aufmachen, damit es wieder ein bisschen heller wird. So, mal rauf hier. Immer wenn es speichert, habe ich so einen kleinen Ruckler drin. Warum auch immer. Jetzt sehe ich hier wieder nichts. Ah, komm. Muss wieder eine neue Batterie rein. Auch wenn es langsam knapp wird. Hier. Gerade sind keine Batterien. Das ist ja gemein. So, hier vielleicht. Äh. What? Kür zu. Gott. Geh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Ach, das ist der Wallrider. Und was ist das? Alter. Also wäre so ein dicker Zwei-Kannibalen nicht schon genug und lauter Irre, natürlich. Nee, es muss hier auch noch so ein dämlicher Geist rumlaufen. Der Anstalt kann es dir noch irre werden. So hoch da jetzt. Nee, nicht einfach über den Zaun glättern und abhauen oder so. Muss ich springen. Ach, und hier runter oder wie? Ah, nee, da rüber. Yippie. Ja, da könnte ich entweder runter oder weiter. Na. Da, da, da. Gott verdammt. Ich gehe mal weiter. Obwohl, es juckt mich einfach viel zu stark, was da unten ist. Tut mir leid, ich muss das jetzt wissen. Ich werde in so einem Szenario halt einfach richtig krass untergehen, ne? So eine Tür. Na, die ist eh zu. Ach, ich muss wissen, was da unten ist. Ich gehe einfach mal hin. Da ist zwar der Ausgang, aber ich muss es wissen. Da, Licht. Hier lang. Hier lang. Dann da rüber klettern. Also hier machen wir mal die Nachtsicht aus. Ja, jetzt wird es wirklich knapp mit den Batterien. Hier ist es. Und alle, hopp. Was ist denn hier jetzt hier? Dann. Hast du Batterien für mich? Du hast sicher... Nee, hast du nicht. Die ist auch zu. Was ist denn hier nicht zu? Dann. Kann ich? Kann ich? Bitte? Hallo? Bleibt ja ein Verstecken. So, hier rüber. Und jetzt. Wie ist das Ruck? Ah, das Speichern. Irgendwie kommt mir Festplatte damit nicht so klar. Ja, ich muss ja auch raus. Ist das eine Tür? Nein, auch zu. Ach Gott. Du siehst halt einfach gar nichts. Du brauchst die Batterien hier einfach. Ich kann es nicht aus. Ja. Kommt, ich auch schon. Lassen Sie mich. Ja, wo muss ich denn jetzt hier? Hier irgendwie. Ist tot. Wo kam ich jetzt? Ah, da kam ich her. So. Da kann ich nicht hoch. Da kann ich auch nicht weiter. Ach, hier kann ich lang. Jetzt bin ich hier, wo dieser... Okay. Nee, warte. War ich hier nicht schon? Hier war ich doch schon. Ah. Ach, wo hier bin ich gekommen? Oh Mann. Im Dunkeln sieht halt alles gleich aus. Ich kann aber auch nichts dafür. So. Ja, dann weiß ich ja, was weitergeht. Dann müsst ihr hier. Das ist jetzt wieder Schweine-Dunkel hier. Und ich habe halt keine Batterien mehr. So, hier ist natürlich... Oh nee, der Dicke ist hier. Das kannst du mir doch jetzt nicht an hier... Das... Nee. Alter. Alter. Ich sehe ja nicht mal mehr was wegen den Batterien hier. Von da hoch. So, und jetzt? Hier lang? Aber keine Ahnung. Einfach mal auf gut Glück drauf losklettern. Irgendwo da unten wartet der Dicke auf mich. Hm.